Die Flute Reporter sind cool! Die sind eiskalt drauf! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Hi! Hier wohnen wir! Guten Morgen! Und wir zeigen euch jetzt, wo wir heute wohnen. Da kommt mal mit! Und das ist unser Aufenthaltsraum. Und das ist unsere Mutter. Guten Morgen! Das ist unser Frühstück in der Kupfe. Wir beginnen hier mit einem Teller und einem Messer. Davon haben wir sechs Stück. Frischkäse, darf nicht fehlen. Nicht zu vergessen die Knarros. Und das Allerwichtigste ist der Teller. Pures Schwarz! Ein Frühstücksnachtisch. Wir haben ein Brotmesser für die Brötchen. Das ist unser Frühstück in der Kupfe. Wir werden alle fettig! Wir werden richtig fettig! Es geht Frühstück! Das ist der Frühstück! Wir haben einen Joghurt reingestellt. Wir haben hier den Herd. Es hat eine Schwimmaschine. Valentin muss sich abkugeln. Und das war's! Erstmal einen Tellerbruch! Zum Wohl! Alles Gute zum Geburtstag! Hey! Schmeckt! Mir auch! Guck mal, Juti kotzt mich richtig ab! Ich glaube nicht, dass es jemand hören wird. Die Flute Reporter sind cool! So, jetzt geht's in den Kolob Tower. Wow! Die Flute Reporter sind cool!